Und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video von meiner Seite. Ich bin Perona12356. Ja, was sollte es sonst sein? Ich meine, das Video ist auf meinem Kanal. Ja, ich möchte ganz kurz ein paar Sachen erzählen. Erst einmal, ja, es wird ein paar andere Änderungen bei meinen Let's Plays geben. Erst einmal, das Let's Play Together Kirby's Funpack mit das Brook LP wird abgebrochen, weil wir erstmal die Zeit nicht mehr dazu hatten und das Brook LP seinen Channel gewechselt hat. Nehme ich zu, das kann ich hier mal sagen, Baldur LP oder... Baldur LP? Ist das so richtig? Verhau mich bitte nicht, wenn ich das jetzt hier falsch sage. LP Baldur oder Baldur LP? LP Baldur! Oh, da steht er sogar. Auf jeden Fall wird das erstmal, er wird das erstmal abgebrochen. Es kann demnächst vorkommen, dass ein neues Let's Play Together anfängt. Ja, erst einmal dazu. Das Let's Play Together mit... na. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Na, gibt es das noch? Ich habe den Namen nicht vergessen, ich muss nur gerade gucken, wie das genau war. Das Let's Play Together mit FF... Der sollte jetzt nicht reden, mit FF 0, Zelda 0, Zocker. Liegt auch noch total im Schwanken, ob das weitergeht. Ja, das ist auch im neuen Kanal. Lord Sveeple hat auch seinen Kanal gewechselt. Ja, mal gucken. Wie das da weitergehen wird. Das ist jetzt aber auch erstmal pausiert. Das Let's Play Together mit Let's Play Iggy. Das Borderlands Let's Play. Ich muss gucken, wie ich an meine CD wieder rankomme. Ich habe die beim Freund irgendwo liegen gelassen. Ja, wir haben da noch eine Lahnparty gemacht. Und ich hatte Borderlands noch im CD-Laufwerk und habe sie dann da rausgenommen für ein anderes Game. Ja, deshalb ist das jetzt auch ein bisschen blöd. Tja, was soll ich machen? Ach so, da muss ich hier nochmal zurück, glaube ich. Ist das dann? LP Baldur, musste ich mir auch nochmal bedanken. Das war früher noch das Bruck-LP, wie gesagt. Hatte mir meinen Hintergrund gemacht. Das habe ich eigentlich schon lange vorgehabt, mich dafür zu bedanken, auch öffentlich über ein Video. Und das möchte ich jetzt nochmal machen, weil ich mit meinem Hintergrund total zufrieden bin. Und ich finde ihn total geil. Und der hat es halt drauf, wenn es um diese Sachen geht. Dann möchte ich noch einen Kanal vorstellen, bei dem ich demnächst auch zu Gast sein werde, beziehungsweise wir auch in Let's Play Together anfangen werden. Ist Let's Play Iggyne oder Let's Play Jean. Muss ich mir ja immer fragen, wie genau sein Name von seinem Let's Play, von seinem Kanal ausgesprochen wird. Er ist erstmal hier total fixiert auf Leech of Legends Let's Plays. Die auch ganz schön gut sind, meiner Meinung nach. Ich habe sie mir bis jetzt alle anderen geguckt. Und witzig auf jeden Fall. Er hat immer Gäste dabei. Und mit ihm möchte ich demnächst in Let's Play Together anfangen. Eventuell auch Leech of Legends. Ja, mal gucken. Und dann zu meinen Projekten. Das wären ja jetzt... Mein Kanal. So, das wären ja derzeit Mario. Super Mario 64. Und... Wario Land 4. Schieß mich tot, ist es jetzt 4 oder... Ich verweck's das. Ich vergesse das hier. Ja, es wario Land 4. Schieße jetzt ja. Ähm, das werde ich... Was ich auf jeden Fall jetzt jeden Tag mindestens ein Let's Play hochgelade. Weil es muss auch jeden... Äh, ein Part hochgelade von irgendeinem Let's Play. Muss auf jeden Fall wieder Regelmäßigkeit rein. Und ich habe jetzt wieder Zeit. Was ich jetzt auch schon öfter in meinen Videos gesagt habe. Kann sein, dass zwischendurch einfach mal wieder ein alter Klassiker reingeschoben wird. Ähm... Du hast keine Ahnung mehr, worum es da geht. Also, von der Karte her und so. Eventuell wird... Das Dschungelbuch Let's Played. Auch ein alter Klassiker. Gerne gespielt. Ja. Und, äh, ich weiß nicht, das geplante Let's Played Together hier. Dürfte ich ja nicht auch mal wieder rausnehmen. Jetzt ist jemand bei Skype online gekommen. Ja. Auf jeden Fall. Nochmal die Let's Played Togethers. Das Let's Played Together abgebrochen. Weil Kanada nicht mehr vorhanden. Das Let's Played Together. Auch derzeit pausiert. Ich weiß nicht, ich stehe nicht mehr so in vollem Kontakt mit ihm. Aber ich denke, wir werden das wieder aufnehmen. Aber das wird erst mal noch dauern. Hier brauche ich dringend meine CD. Sonst wird hier nichts mehr laufen. Das würde ich aber gerne weitermachen. Weil das hat richtig Bock gebracht. Und... Regelmäßig. Äh, hier. Regelmäßig. Hochladen, geladene, hochladende Parts hiervon. Habe ich ja nicht sonst noch irgendwas zu sagen? Irgendjemanden zu, äh... Habe ich jetzt irgendjemand vergessen? Hier, bei angesagten Kanälen, immer mal reingucken. Also, bis auf jetzt hier den Typen, da wo du geschlossen stehst. Den muss ich halt... Ich muss das auch mal wieder rausnehmen. Aber... Aber das auch. Das gibt's ja auch nicht mehr. Oh Gott! Auf jeden Fall. Ähm... Freakineo. Let's Play Iggy. Lord Zwiebel. Ultra Mario... Ne. Mario zuckt. Oh Gott, ich muss mal kurz gucken. Wie heißt der jetzt? Ja, es ist immer so ein bisschen kompliziert, wenn die... Wenn die Leute andauernd ihre Kanäle wechseln. Und... Ähm... Ultra Mario... Zwölf heißt der jetzt. Okay. Für mich also habe ich doch nicht... Oder heißt der jetzt doch schon wieder anders? Hm? Dürfte eigentlich so jetzt... Dürfte jetzt eigentlich weiter so heißen. Äh... Auf jeden Fall lohnt sich das da mal reinzugucken bei denen. Auch wen ich sehr, äh... Sehr, äh... Empfehlen möchte, ist... Für alle Let's Play... Äh... League of Legends, ähm... Hier. Fans und Spieler. Das wäre... LP Klexi. Auf jeden Fall einer, äh... Der richtig geile League of Legends Videos macht. Joa. Denkt mal. Das erste Mal. Wäre das Wichtigste. Hier ist meine Startseite. Interessiert wahrscheinlich keinen. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo ich... Äh... Mal gucken. Ich habe heute so viel Lust aufzunehmen. Ich habe gerade noch was aufgenommen. Mario habe ich noch ein Vorwort. Mario Land 4. Könnte ich eigentlich jetzt mal wieder aufnehmen. Aber das soll euch nicht weiter stören. Ich meine, ich lade es dann eh erst in ein paar Tagen hoch. Ähm... Ähm... Ja. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Oder... Beziehungsweise im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.